Er hat mit seinem neuen Verein alle fünf Spiele verloren und hier deswegen diese große Erleichterung, das kann man nachvollziehen. Da fällt auch mal ein Rucksack weg, auch wenn es nur ein Hallenkornier ist. Ich sehe da gerade meinen Kollegen Jörg Dahlmann etwas rumkämpfen in der Mitte, der natürlich jetzt versucht, sieben bei Hakan stehen. Der junge Bursche hat mir richtig gut gefallen, Jörg. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt gerade gehört hast, mit dem ganzen Getümmel. Der war richtig gut drauf, hat sich gefreut, war emotional, klasse. Jörg mit Hakan. Ja, Hakan ist bei mir und gerade voll des Lobes. Thomas Herrmann, der Reporter, hat fast überschwänglich. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie sind 17 Jahre. Erzählen Sie ein bisschen was über Sie gleich. Ja, sehr, 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 sehr. Ich war sehr nervös, mit dem Buben zu spielen. Das ist ein sehr wertvolles für mich. Und ich hoffe, dass es so weitergeht mit mir, weil er ist ein bisschen guter gerade und ich wollte, mein Ziel ist jetzt dabei zu sein. Man muss ja wirklich sagen, Sie spielen in der U19, also in der Mannschaft, die unter 19 ist, selbst 17 Jahre. Und jetzt rufgezogen von Jörg Andersen. Wie kam dieser Kontakt dann zustande? Hat er Sie angerufen oder wie kam das dann? Nee, wir hatten zwei Fünter-Spiele gegen Schaffhausen und gegen Janotere. Und da habe ich mich kurz präsentiert und dann hat er mich ins Bett gerufen und dann war er da halt. War mit mir zufrieden und jetzt bin ich oben. Ja, sind Sie türkischer oder deutscher Staatsbürger? Beide. Ich habe beide Bürgerschaft. Ja, okay. Also ich muss sagen, Sie haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sie haben richtige Freude auch heute hier ausgelegt, ne? Ja, klar. Wenn man Erster ist, freut man sich doch immer. Erstes Fernseinterview? Ja. Wenn wir jetzt schon hatten, wir auch sein erstes Fernseinterview gegeben. Vielleicht bringt das Glück. Thomas. Ja Mensch, das sind doch Spuren, mein lieber Schwan. Hakan. Und irgendwann muss er sich vielleicht dann auch wieder mal entscheiden. Will er denn für die deutsche U19-Nationalmannschaft spielen oder für die türkische? Und wo geht sein Weg hin? Aber Schnee von übermorgen.